Willkommen zurück zur weiteren Folge von Minecraft, hier ist ja Folge 913. Wir müssen erst noch mal in den Nater, denn wir müssen einmal, äh, warte mal, so, so, eh, das hat sich gerade zurückgesetzt. Einmal kurz die Sponges austauschen und einmal das Ganze trocknen. Wunderbar, dann haben wir schon wieder 41 weitere Sponges, die können wir schon wieder in die Offend nehmen. Und dann können wir hier nämlich, wir können sogar hier schlafen, das ist doch schön. Wenn wir schon mal ein Bettchen da haben, na dann tun wir auch hier schlafen. Vielleicht sollte man das nächste Mal das nicht so rumhauen, wie ich das jetzt mache, sondern genau, genau andersrum. Also sprich, äh, zuerst, äh, zuerst die, äh, die Bosse töten, dann, äh, Anschließend nach den Bossen, die Nach den Bossen, die Das äußere totlegen, wenn man eine Fahne hinbauen will, und dann das Innere. Dann das Innere. So, das heißt, da müssen wir jetzt gleich auch wieder durch. Und dann müssen wir erst mal wieder Sand abbauen. Also wir müssen jetzt gleich wieder 41 haben, genau, die haben wir auch tatsächlich. So, äh, ja, okay. Jetzt ist aber leider kein Delfin da, ne? Oh, hier ist aber ein Glowing Squid. Hier ist ein Glowing Squid. Wo, 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 schön mal ein bisschen. Gut, dann sind wir in der Höhle gekommen, da wollte ich gar nicht rein. Ich wollte eigentlich wieder nach oben. Dankeschön. Njuu. So, und dann können wir auch hier einfach nach oben. Genau, also bei 41, die haben wir das wunderbar. Die Hähden-Code. Äh, ja, dann, äh, wenn das Gehirn, ja, schneller ist wie das Mundwäckchen. So, hier haben wir natürlich dann keine, genau, hier haben wir nichts gemacht. Das heißt, wir gehen jetzt trotzdem nochmal einmal in den Leta, werden die Red Sponges zu den trockenen Sponges umwandeln. Und werden dann anschließend den, äh, schön, äh, den Sand abbauen. Das ist dafür da, dass wir nur noch ein Stack, also, dass wir einfach noch ein Stack anstatt zwei Items Stacks in der Hand halten. So, wir brauchen einmal eine Schalker-Box mit Sand. Beziehungsweise eine Schalker-Box ohne Sand. Genau, die müssen wir jetzt in die Offend packen. Ach, guck mal, man kann sich so, warte mal. Ey, man kann sich so, geil, das wusste ich gar nicht. Naja, gut, wieder was gelernt. Wir wollen nur eine Schalker-Box haben und dann gehen wir einmal. Äh, tatsächlich, warte mal, wir machen das jetzt mal tatsächlich ein bisschen anders. Und zwar, dass wir einfach quasi sehen, wo wir dann sind. Wir können nämlich einmal den Sand mitnehmen, den Sand, den Sand, den Sand, den Sand. Ne, den Sand, so. So, den Sand, 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 und 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 den Sand. so und den sand und den sand wunderbar wir gucken mal dass wir ganz schön alles einsammeln dass wir hier wunderschön den sand hier abbauen können hoch das wollte ich gar nicht wollte doch nur dass wir den genau die fackeln einmal einsammeln so so guck mal dann haben wir doch schon mal hier wieder ein bisschen sand was wir mitnehmen können das heißt das können wir mitnehmen das können wir mitnehmen das können wir mitnehmen aber wir sind ja noch viel tiefer dann müssen wir müssen gucken das heißt wir sind wir sind hier quasi okay das heißt hier gibt es noch ein bisschen wasser ach hier sind wir bei meiner tür dann müssen wir tatsächlich doch noch mal leider ein 1 bonjes neck hier hinsetzen so wunderbar 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 sonst können wir nämlich hier noch mal grad mit dem block mit dem wir nicht so schnell sand abbauen gerade das ganze hier aber guck mal die fackeln die nehmen wir auch gerne mit so das bedeutet schalker box mit sand voll machen und mit dem und ich lass mich in ruhe lassen mich in ruhe und dann kümmere ich hier nämlich einmal zurücklaufen und den den wieder zurücksetzen weil der will ich kann ich abbauen sondern den denn auch nicht sondern den sondern den so die nehmen wir mit den nehmen wir mit wunderbar nehmen wir den ja kommt sonst sonst ist sand ich will nur raus ich will nur raus dankeschön dann können wir nämlich hier hin und dann können wir nämlich hier erstmal den sand so den den sand mitnehmen wunderbar 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 den nehmen wir auch mit schenmer zack 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 instagram 1200 wunderschön hier das ganze hinsetzen haha haha ja vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz unser inventar leer machen und tatsächlich einmal gucken den sand nehmen wir noch mit den sand nehmen den sand mitnehmen und dann können wir auch den sand mitnehmen und und den können wir mitnehmen wunderbar und die ecken natürlich also das ganze hau das ist ja hier das ist ja wieder das ist ja mal wieder was hier den bauen wir noch mal hier zurück und den nehmen wir mit mit denen schon abbauen und nie deswegen wünschblöcken das ganze noch mal gemacht so wunderbar los sand 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 fackel 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 sand 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 fackel fackel so dann können wir einmal hier hin und hier durch so und das und das machen so wunderbar 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 so kann man in der nächsten folge kann man dann wieder schön schön das ganze und schön das ganze ich wollte schon sagen abbauen wieder hinsetzen ganze sand das gibt auf jeden fall da und sand vier glas den menschen sehr gut sand sand der glas den wir dann herstellen müssen und dürfen das heißt einmal da einmal da einmal da einmal da einer wird dann tatsächlich leider wieder play gebläst wunderbar also dabei ist es nicht aber ja bisschen sand ist immer verlust damit muss man leben mit bisschen sand verlust muss man leben so die schalker box ist voll gut wenn jetzt schalker boxe reingefallen wäre hätte ich gesagt mit dem verlust lebe ich nicht aber wir brauchen dann tatsächlich noch mal eine andere schalker box ne die nicht sondern die so die silk touch genau nicht dass wir die kaputt machen das wäre ja noch was gewesen das wäre ja noch was gewesen wenn wir die jetzt kaputt gemacht hätten wunderbar guck mal da müssen wir die noch mal abbauen da können wir hier nämlich wieder wunderschönen sand ein ab einsammeln nicht abbauen einsammeln wollte ich sagen bloß die fackeln weil die fackeln brauchen wir auch wieder wunderbar 45 und wir machen hier noch ein fackel verlust aber das ist nicht so wild ist ein bisschen kohle das müsste genau außenwand sein so jeweils was bei dem paar das regt ich gerade hier auf mit dem fackel zack 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 machen wir das um ist jetzt zwar überall verteilt aber juckt mich nicht egal ich habe genug sand so ein bisschen regeneration müsste ja auch schon da rein kicken ne so was haben wir denn da 48 und wir haben sogar wir haben sogar wieder fast alle fackeln das ist ein eis so was haben wir da den können wir auch weg bauen und diesen turm auch und diesen turm auch dann sind doch alles alle weg so 47 guck mal wir haben 49 haben wir wieder da das ist doch schon mal nicht schlecht 49 jetzt haben wir wieder 50 guck mal von den 51 die wir hatten ist das doch eine gute quote eine gute quote ist das das sieht schon einfach heftig aus sieht einfach schon heftig aus einfach heftig wir sehen uns aber dann auch in der nächsten folge wieder wenn es ihr verletzt noch eine positive bewertung da oder ein abo und bis denn ja tschau Leute